Ich muss jetzt erstmal das verkraften. Die gewesen Damen, jung, 16 Jahre wie die Herren. Man hat sich hier tatsächlich mit einer Nachwuchsmannschaft begnügt, hat aber trotzdem unglaublich bis jetzt abgeräumt. Im Verhältnis zu den Erwartungen, die man hatte. Tolle Bahn. Sie war 10. im Mehrkampf. Oh, klasse. Wenn das so weitergeht, ist auch eine Überraschung möglich. Sicherer Stand. Ja, aber nur ein Doppelsalto gehockt. Aber Travoris. Die Anstrengungen der chinesischen Sportler werden nicht nur in der Halle mit Magnesia-Staub enorm werden in den nächsten Jahren im Hinblick auf die Olympischen Spiele, aber gerade auch da. Ja, denn man kann im Kunstschönen ja viele Medaillen gewinnen. Mit der Mannschaft, dem Mehrkampf an den einzelnen Geräten, das möchte schon sein. Diese Chance wird man versuchen zu nutzen. Und Tendenzen sind auch jetzt schon erkennbar. Ja, es wäre auch schön für den chinesischen Damensport. Gäbe es hier eine Medaille. Die Chancen sehe ich durchaus für gegeben an. 9,575, das ist der dritte Platz im Augenblick. Es führt.